Bei aggressiven Viechern habe ich auch keine Lust irgendwie da rumzuprobieren. Weil bis ich das gefunden habe, was die mögen, bin ich schon tot. Also eher semi-gut. Wo ist denn der verfickte Troll jetzt hin? Da hinten läuft ein Bulle rum. Ah, das Gürbel. Komm her, das Gürbel. Du aggressives Eichhörnchen. 8 XP. So, wo war jetzt der Troll? Da so irgendwo. Oh, zu früh. Egal. Troll, da bist du. Alter, der ist ganz schön heftig. Der macht ja nicht mehr viel Schaden auf einen Schlag. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Komm mit, Lemon Beetle. Ich bräuchte auch immer noch so einen scheiß Heilervieh, aber... Es gibt nur eins. Das sind, äh... Spitter, heißen die, glaube ich. Und die sind natürlich... Die stehen natürlich nicht überall in der Ecke so rum. Oh, Alter. Alter. Fick dich. Lol. Die muss weg. Alter. Hallo, trink doch mal was. Habt ihr halt gesehen. Vor allem macht der hier alles kaputt, wa? Ich krieg den noch nicht mit toll. Ey, den gibt's doch gar nicht. Nein. Ne, der ist auch zu hart. Voll ätzend, ey. Krieg er heute ja keinen Boss geschafft. Außer den einen... Schäferhund-Boss da. Hört ihr das? Ist ganz schön aggressiv, der Wichser. Wollen wir mal ein bisschen wegfliegen hier. Hallo? So. Jetzt dreht er um. Alles klar. Boah, Alter. Wie schwer ist denn das hier alles? Ach, guck mal. Ich bin am Rand. Kann ich aber gucken, was da für ein Gebiet ist. Falscher Knopf. Also wirklich, was gebacken haben wir heute noch nicht gekriegt. Aber, äh, wir haben Level-Up gehabt. Ist ja auch gut. Hallo. Alter, 190 Schaden. Sind die gescheuert? Boah, ist das heftig. Ist das heftig. So, schauen wir mal. Da irgendwo hinten müsste... Das Rand von... Äh, das Rand, Alter. Der Rand von dem Gebiet sein. Das Rand. Da ist das Rand. Wenigstens ein neues Gebiet heute noch entdecken. Wäre irgendwie ein bisschen schlecht heute. Aber wir haben Schäferhund gekillt. Wir haben... Ich sehe gerade, wir haben ja bald schon wieder ein zweites Level geschafft. Da sind Frogmans. Hallo, Magier. Ich mag dich nicht. Nein. Auf zu trinken. Schwein. So, wo muss ich denn jetzt... Ach, Mann. Da, da. In die Richtung so ungefähr. Hoho. Das geht gar nicht so schnell, ey. Das schaffe ich. Ah, diese verkackte Aufnahmetaste, ne? Hochklettern. Ich muss es mal umstellen. Definitiv. Das ist blöd. Man kann... Also, ich kann jetzt nicht seitlich klettern, bei Cube World. Sobald ich Steuerung A drücke, geht die Aufnahme aus. Das ist natürlich denkbar schlecht, ne? Damals, als ich die Aufnahme mit Tast eingestellt habe, auf Steuerung A hatte ich ja Cube World noch gar nicht. Da kannte ich das zwar schon, aber da war es noch nicht draußen. Guck mal, da kann ich mich mal hinlegen. Und schlafen. Sparen wir Essen. Oh, es ist schon 17 Uhr, 28 schon wieder, ey. Scheiße. Wird bald schon wieder Nacht, wo die Stadt ist jetzt zu weit weg, war. Kacke. Kacke. Nein, nicht F. Wurde doch geleiten. Da sind Hühnchen. Spiky Creature. Schnell den XP abholen. Und dann klettern wir mal da hoch und dann gleiten wir mal weiter. Ja, aber immerhin, ein Tag gespielt, ne? Ich habe ja so ungefähr kurz bevor ich die Welt gewechselt habe, Tag gemacht. Auf der anderen Welt. Und jetzt wird es schon wieder Nacht, also habe ich genau ein Tag gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange ein Tag hier geht, aber eine Minute in-game dauert, glaube ich, so 10, 12 Sekunden echte Zeit. Also schon ziemlich lange dauert der Tag. Mal gucken. Ist richtig, ne? Ja. Da ist der Rand. Dann gleiten wir mal hin. Man sieht jetzt auch schon langsam, wie die Sonne untergeht. Wird jetzt schon ein bisschen gelblich, der Himmel. Warum wackelt der eigentlich heute mal so die ganze Zeit hin und her? Kurz ausruhen. Weil das ja anstrengend, zu gleiten. So, da hinten ist... Da ist auch schon der Rand. Seht ihr? Ich bin gleich da. Ist das eine Schneewelt? Nee, ist irgendeine andere Welt. Cool, die habe ich ja noch... Doch, ist es eine Schneewelt, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist gut, hier kann man nämlich dann schön... Ist das eine Schneewelt? Nee. Doch. Ist das jetzt eine oder nicht? Doch, ich glaube schon. Hier kann man diese Eisblumen sammeln. Das lohnt sich mehr, als Herzblumen zu sammeln. Weil... äh, da kann man mehr rauskriegen. Hier sind schon mal weiße Bunnies. Da passt ja jetzt mein Eisblumen gut dahin. Wollen wir mal gucken, wo hier die nächste Stadt ist. Wenn hier eine Stadt ist. Ich hoffe mal. Es gibt eigentlich... da hinten. Eigentlich gibt es auf fast jedem Kontinent eine Stadt. Also auf... Ja, doch. Eigentlich glaube ich auf fast jedem... Ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht 100 pro sagen, aber... Bis jetzt habe ich auf so ziemlich jedem Kontinent eine Stadt gesehen. Außer auf Oceans manchmal. Da ist so eine Eisblume. Wenn wir die mitnehmen und am Lagerfeuer zu einer normalen Hardflower schmelzen, kann es passieren, dass wir zwei rauskriegen. Deswegen sind die ein bisschen effizienter als die normalen Hardflowers. Da ist zum Beispiel schon ein Lagerfeuer. Da ist auch noch Cotton. Komm, lass mich los. Kann ich euch nochmal gleich zeigen. Kann man hier ganz normal machen. Beim Kochen, glaube ich. Nee. Wo ist denn das? Ah, hier. Da sind sie. Okay, das hat jetzt noch nichts gebracht. Ich sehe irgendwie gar keine Gegner. Ah, da. Das ist gut, wenn wir will. Okay, die Gegner scheinen hier ganz normal zu sein. Das ist schon mal gut. Könnten wir mal in dem Gebiet ein bisschen bleiben. Wann haben wir da? Ein Snowrunner. Hallo. Und auch noch ein Oranger. Das ist ja gut. 11 XP. Titan sind Bullen. Oh, die sind rot. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber die sind Frogmans. Vielleicht greifen die den ja an. Na, anscheinend nicht so. Schade. Schade. Was macht ihr jetzt? Da, ihr Frogmans. Ranger und ein Zauberer. So, Leute. Ein Water Mage auch noch. Ein Heiler. Oh, ich dachte denen gerade, warum kommt jetzt hier ein Lemon Beetle an? Aber das ist ja beinahe. Das war ja beinahe. Guck mal, da oben. Wo ist die Stadt? Boah, Alter. Die ist noch voll weit weg, wa? Oh, ja. Aber ich kann ja schnell fliegen. Vielleicht bringt das ja was. Da ist eine Höhle. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Eine Höhle mit Gold. Iron brauche ich nicht. Das sieht aber komisch aus hier. Noch mehr Iron. So. Okay, Sackgasse. Huiuiuiuiuiui. Nicht so schnell die Maus drehen, ey. Das sehe ich hier gar nicht mehr durch. Und wieder raus aus der Höhle. Schwuppdiwupp jedet. Einfach so. Hier ist ein Dwarf. Ein Zwergenfreund ist hier. Komm, auch hier. Oh, ein Wokling Alter Okay, der hält ganz schön viel aus LOL Ich verpiss mich mal lieber Alter, der kann Steine schmeißen Du hast gesehen Hier so in die Richtung Der Berg ist ja auch krass Da versuche ich es immer hoch zu klettern Oh oh Ich muss landen Einmal noch, komm Zack Zigarette ausmachen Da brenne ich mir die Finger Da will ich mal oben rauf Der ist schön hoch auch Macht voll Spaß, sich hohe Plätze zu suchen Und die einfach mal hoch zu klettern Und dann runter zu gleiten Kletter, kletter, kletter Oh okay, wie komme ich denn jetzt da hoch Wow, fuck Alter Väter Jetzt kannst du dich mal richtig springen Ah okay, da komme ich auch So, natürlich gehen wir ganz nach oben Gleich ist er auf den höchsten Punkt Oh, schöne Aussicht Wenn es jetzt nicht schon so dunkel wäre So, da ist die City Fliegen wir jetzt mal auf den anderen Berg rauf War das denn bei Skype? Irgendwann ist es gerade mit Skype Ich glaube der will sich aktualisieren oder so Kann aber vergessen Dann verreckt mein Spiel ja wieder Ein 11, ein feindlicher Schade Da war ich nicht weit genug Oh oh, ich muss mich heilen Okay, fick dich Da halt sich auch Ey, ich darf mich heilen Du nicht, du Pisser Ich ziehe fast gar nichts ab, Mann So Jetzt wollen wir noch ein paar Eisflowers Herstellen Äh, Flower, Hardflowers Flower, Hardflowers Zwei Stück kann ich Schade, wieder nix Geprockt Ah, lecker So Alter, hier sind ganz schön viele hohe Berge Auf den Berg will ich jetzt Bin ich überhaupt noch richtig? Ja Auf den Berg fliegen wir jetzt mal Oder klettern wir dann gleich Boah, ich muss unbedingt noch mehr Flightspeed haben Das ist richtig geil Wie weit ich jetzt schon gekommen bin Und wie weit ich jetzt erst wäre, wenn ich Ah, guck mal, da kommen die ganzen Gegner runtergeflattert Ja, die bekommen natürlich keinen Falschrand, ne? Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Lol Okay, Bergsteigen vor dem Wind Das schaffe ich nicht Scheiße Ich hasse es Ich habe jetzt schon wieder so viele Parts, glaube ich Die müssen ja alle noch zusammenfummeln dann beim Rendern Toll Hoffentlich passiert da nicht wieder irgendein scheiß Fehler Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Da komme ich, glaube ich, nicht hoch Der Berg ist zu scheiße Puh, das war jetzt aber richtig knapp So, wo muss ich denn hin? Da lang Okay Und dann fliegen wir mal über die Bulls rüber Über die Skull Bulls Was ist denn eigentlich?